Hallo liebe WePlay Volleyball Fans, ich bin Pia Kessner von den WePlay Youngstars und werde euch jetzt etwas über meine leistungssportliche Laufbahn erzählen. Angefangen hat alles mit dem Wechsel nach Berlin zur 10. Klasse. Dort haben wir angefangen in der Regionalliga zu spielen, sind dann in die nächste höhere Liga zur dritten Liga gewechselt. Und dann hatte ich die Chance, zwei Jahre in der ersten Liga unter dem VCU Erfahrung zu sammeln, gegen gute Teams zu spielen und mich auch später für den Profiverein vorzustellen, zu bewerben, wie auch immer. Das hat bei mir auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe direkt nach meinem Abitur in Berlin die Chance bekommen, einen Vertrag zu unterschreiben beim Allianz MTV Stuttgart. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich spiele dort jetzt seit anderthalb Jahren und habe jetzt auch für zwei weitere Jahre unterschrieben. Hier in Stuttgart habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, an vielen Wettbewerben teilzunehmen. Zum einen auf internationaler Ebene bei der Champions League, dann der DVV-Pokal und natürlich die normale Bundesliga. Bisher sind wir auch eigentlich relativ erfolgreich und unser großes Saisonziel ist auf jeden Fall einen Titel zu holen. Eigentlich ganz egal in welchem Wettbewerb, wenn nicht sogar in allen. Und seit letztem Jahr bin ich halt auch Teil der WePlay Volleyball-Familie. Ich habe mir da schon relativ viele Artikel bestellt, also es lohnt sich auf jeden Fall mal auf der Seite vorbeizuschauen. Es gibt eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Von Schuhen, Knieschonern, Armsleeves, T-Shirts. Wirklich alles, was man brauchen kann, um Volleyball oder Handball zu spielen. Ja, klickt euch einfach mal rein. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Und das war es jetzt erstmal von mir. Eure Pia. Ciao!